Lieber Krebs, herzlich willkommen zu deiner Preview 2024. Sorry, ich bin spät dran, doch ich habe viel zu tun. I'm really sorry. Schauen wir uns hier an, wie sich dein 2024 gestalten möchte, energetisch, praktisch, zwischenmenschlich, was wichtig und ausschlaggebend ist, was aber eventuell auch am besten ganz außer Acht zu lassen wäre. Schlichtweg sei vorbereitet auf das, was auf dich zukommen möchte. Zu diesem Video, wie immer bei mir, eine Extended Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Ich mischte schon die Karten für die Hauptenergien. Wow, es kamen drei Hauptenergien-Themenkarten heraus. Uhlala, uhlala, uhlala. Wenn wir von den Sternzeichen ausgehen möchten, gut möglich, dass du intensiv mit einer Waage, einem Stier und einem Fisch zu tun hast. 2024 wird für dich ein revolutionäres Jahr. Ein Jahr, an dem ganz, ganz viel umgekrempelt wird, weil du ganz deutlich erkennen darfst, sei es deine inneren Wahrheiten, sei es im Außen, Knoten platzen, wie aber auch, du schaust genau hin und sagst, no way, das passt nicht mehr. Du wirst es aber schaffen, relativ, sage ich mal, in Balance zu bleiben in deiner inneren Mitte und alles sehr, sehr gut handeln können. Du hast ein Team um dich rum. Dieses Team können deine Best Friends sein, deine Familie oder beruflich deine Kollegen. Es wird miteinander entwickelt, es wird unterstützt, es wird gestützt und neue Projekte kommen auf dich zu. Sei es deine privaten wie auch im Team. Dann, du suchst und findest, sofern du Innenschau abhältst. Es wird drei spezielle Monate geben, darauf gehe ich später ein, die von dir deine vollkommene Präsenz abverlangen. In dieser vollkommenen Präsenz solltest du Antworten geben, du wirst sie nur in dir finden. Eins und zwei macht drei, was auch immer das für dich bedeuten möchte. Ein zwölf Jahre langer Zyklus endet für dich. Und ein Ring ist ausschlaggebend. Schauen wir, was für ein Ring es ist oder ob es doch nur eine Ananasscheibe ist. So. Der Krebs. Teilweise fühlst du dich abgestumpft, dann wieder überfordert. Dann, lieber Krebs, bleibt dir nichts anderes übrig, als durchzustarten. Es wird ein spannendes Jahr für dich. Ja. Schau, es beginnt schon mit einem Rückzug. Die Antworten. Eine andere Perspektive bekommen, einnehmen. Neue Blickwinkel, Ausrichtungen werden dieses Jahr von dir abverlangt. Zu etwas ganz Bestimmten weißt du, dass es nicht mehr so weitergehen kann, auch wenn du es bisher akzeptiert hast. Ich krieg gleich meinen Reizhusten, sorry. Ihr wisst Kommunikationsprobleme, sei es zu einem Selbst wie ins Außen. Jemand ist in deinem Hintergrund. Das bedeutet, entweder wacht jemand mit Argus-Augen über dich, entweder wirst du beobachtet oder ist es schlichtweg ein Mensch, zu dem du eine sehr enge Verbindung hattest, welchen du nicht loslassen kannst, wo aber die Verbindung irgendwie gecuttet worden ist. Es bedarf von dir dieses Jahr einzig und allein die Bereitschaft, eines Besseren belehrt zu werden. Hat nichts mit Strenge zu tun. Es ist schlichtweg das Universum, das dich immer wieder an einen Punkt bringen wird im Verlauf des kommenden Jahres. Gib auf, gib den Widerstand auf. Die Zeichen sind eindeutig. Der Juli wird sehr, sehr ausschlaggebend für dich. Gut möglich, dass man kurz vor einem Abschluss steht. Gut möglich, dass man krampfhaft auch versucht. In einer Situation auszuharren, die aber doch längst nicht mehr die richtige für dich ist. Du versuchst alles, um eine Verbindung aufrecht zu erhalten, um eine Verbindung zu stärken. Du versuchst alles, um etwas geheim zu halten. Weil nicht der richtige Zeitpunkt gekommen ist, bis dato, dieses Geheimnis platzen zu lassen. Wisse, es passiert nichts, wenn du das Geheimnis lüftest, offiziell es offiziell machst. Du wirst sehr, sehr stark träumen. Vielleicht solltest du ein Traumtagebuch führen dieses Jahr. Und sie sagen, für manche einen Krebsen werden Teile einer Marionette ausschlaggebend. Also eine Holzmargenette, Porzellanmargenette, was auch immer. Nun, dadurch, dass du Wahrheit verspürst, Wahrheit möchtest, ein sehr ehrlicher Mensch bist, geht es darum, auch dir selbst Wahrheit zu schenken. Folge dem Weg der Schwalben und es kommt der richtige Zeitpunkt für dich. Warte es ab, an dem du, sie sagen, wie ein Magnet in dir andockst. Irgendetwas wird ganz, wird rund. Gut möglich, dass das mit deiner Berufung zu tun hat. Gut möglich, lieber Krebs, dass es mit deinem DNA zu tun hat, was in deinem DNA ist. Gut möglich, dass etwas aus dir herausbersten möchte. Du es bis dato, vielleicht ist es das Geheimnis, zurückgehalten hast. Ganz vehement und plötzlich ist es draußen. Ein Jahr der Revolutionierung, ein Jahr der revolutionären inneren Wahrheit, lieber Krebs. Du bist bereit, loszulassen. Du bist bereit, neu zu ordnen, neu anzuordnen. Du bist bereit für das Neue. Und selbstverständlich, mit dem Loslassen bist du bereit, zu verabschieden. Ja, für diejenigen, die beruflich gesehen in Sachen Recht arbeiten. Dort gibt es eine Trennung. Dies kann sein, dass ihr schlichtweg das Haus wechselt. Es kann sein, dass ihr ganz aufhört und etwas Neues macht oder euch einem anderen Thema darin widmet. Der Krebs sowieso einen sehr starken Gerechtigkeitssinn in sich hat. Darum würde es mich nicht wundern, da mehrere Anwälte und Richter vorzufinden. Wisse, es geht auch um ein Urteil, ein Urteil eines anderen Wasserzeichens, Fisch oder Skorpion. Ich denke, der Skorpion wird urteilen, der Fisch wird dir helfen, dich zu verwandeln. Das ganze Jahr über behalte das gut im Hinterkopf. Sofern du es schaffst, dir selbst treu zu bleiben, mutig genug zu sein, für dich einzustehen. Mutig genug zu sein, deine innere Wahrheit anzuerkennen und diese im Außen zu leben. Wird das Jahr weniger holprig. Sobald du merkst, dieses Jahr, dass von außen die Widerstände auf dich zukommen, frage dich nach deiner inneren Wahrheit. Lebst du danach? Lebst du diese? Dann eine Tropfsteinhöhle ausschlaggebend. Dann einige können tief seetauchen. Einige können im Erdboden etwas finden. Du wirst dich vermehrt dabei ertappen, lieber Krebs, in die Baumkronen zu blicken. Und du wirst dort fündig. Eine Erkenntnis oder du siehst dort etwas hängen. Wisse, du fühlst dich das ganze Jahr über eingebettet, geborgen, zugehörig. Und das Finanzielle ist in keinster Weise ein Problem für dich. Denn die Knoten haben sich gelöst. Und die, die dich, sie sagen, gemolken haben, die von dir eingefordert haben materiell, bekommen immer weniger Zugriff. Auch, lieber Krebs, wirst du ein sehr kreatives Jahr erleben. Ein kreatives Jahr dorthin gehend, sei es, dass du künstlerisch tätig wirst, sei es, dass du deinen Inputs und Ideen mehr nachgehst, sei es, dass du irgendein Handwerk noch erlernst, beziehungsweise dich handwerklich generell betätigst. Also Kunst und Handwerk stehen ganz oben, ganz egal, welchen Beruf du ausübst oder gerade erlernst. Es geht darum, dieses Jahr kehre dein Innen nach außen. Ja, lieber Krebs, wir machen weiter im Extended mit dem Tarot. Ich werde Monat für Monat auslegen und wir werden mehr ins Detail gehen, was kommt auf dich zu. Hören wir uns die Botschaften der geistigen Welt an. Ich warte im Extended auf dich. Bis gleich, wir freuen uns. Ciao. Ciao.